Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Ich denke mal jeder von uns hat das Spiel am gestrigen Freitag verfolgt von Schalke in Paderborn und ich denke mal auch jetzt heute Morgen danach sind wir alle noch sprachlos. Unsere Mannschaft hat im Spiel 1 nach Thomas Reis mit 1 zu 3 verloren und war tatsächlich größtenteils erneut chancenlos. Nach dem Spiel gab es Fanproteste, es gab eine klare Haltung der Fans die im Stadion waren. Peter Knebel hat die Mannschaft extrem zerrissen und ist dort mal extrem offen gewesen mit ein paar Aussagen und natürlich gibt es auch nun nochmal Updates zur Trainersuche. All das und mehr haben wir heute mit dabei bei den aktuellen S04 News. Und über das was dort gestern in 90 Minuten so passiert ist müssen wir natürlich nochmal reden. Denn am Ende stand eine 1 zu 3 Pleite gegen den SC Paderborn und das war erneut ein unglaublich schlechtes Spiel von unserer Mannschaft und ich glaube dort sind wir uns auch alle einig. Man hatte auch dort mal wieder nicht das Gefühl, dass wir irgendwie nach vorne irgendwas Gefährliches hinkriegen können. Defensiv hat man unfassbar schwach verteidigt und am Ende auch vollkommen verdient mit 1 zu 3 verloren. Und meiner Meinung nach konnte man sogar mit dem Ergebnis noch zufrieden sein. Paderborn hätte auch noch 2-3 Tore mehr schießen können, wenn sie es wirklich durchgezogen hätten. Und damit hat unsere Mannschaft erneut eine unfassbar schwache Leistung gezeigt und das in dem ersten Spiel nach der Entlassung von Thomas Reis. Und meiner Meinung nach hätte man jetzt nicht gewusst, dass Thomas Reis weg ist, hätten wahrscheinlich viele gesagt, oh der ist immer noch da, denn das Spiel sah ja gefühlt genauso aus wie in den vergangenen Wochen. Gut, man war jetzt vielleicht am Anfang ein Ticken defensiv sicherer, lag vielleicht aber auch daran, dass Paderborn ein bisschen gebraucht hat und irgendwann ging dann eben so gar nichts mehr. Matthias Kreuzer, unser Interimstrainer, hat sich dazu nochmal geäußert. Das war nicht unser Anspruch, es war ein verdienter Sieg der Paderborner. Wenn wir die individuellen und gruppentaktischen Fehler nicht ganz schön abstellen, wird es schwierig in der 2. Liga zu punkten. Unsere Aufgabe ist es, das schnellstmöglich besser zu machen. Und Michael Langer, der auch gestern wieder im Tor stand, hat Folgendes gesagt. Es war ein bitterer Abend für uns, das war von jedem Einzelnen zu wenig. Wir wollten dem Spiel eine andere Noto geben, einem ganz anderen Stempel aufdrücken. Man merkt, dass wir momentan nicht das Selbstvertrauen und das nötige Selbstverständnis haben. Wir müssen jetzt die Woche hart arbeiten und dann gegen Hertha BSC ein anderes Gesicht zeigen. Und ja, sicherlich hat auch Michael Langer damit recht, aber man hört eben auch jede Woche immer und immer wieder das Gleiche. Ja, wir müssen jetzt unter der Woche trainieren, um nächste Woche ein anderes Gesicht zu zeigen. Das Selbstvertrauen fehlt. Ja, aber das, was dort auch einfach auf dem Feld gezeigt wird, das kannst du keinem Fan mehr so verkaufen. Das kann nicht so weitergehen. Und ich glaube, dadurch sieht man auch nochmal mehr, dass nicht nur die Entlassung von Thomas Reis irgendwie helfen wird. Also dort hängt aktuell so viel dran. Wir schlittern in eine ganz gefährliche Richtung. Und deswegen war ja auch nach dem Spiel einiges los. Denn wer von euch vielleicht auch selber im Stadion war, hat es sicherlich mitbekommen. Der Fansupport wurde ja bereits während der zweiten Halbzeit eingestellt. Und ich finde auch solche Maßnahmen von uns Fans sind auch noch vollkommen richtig so. Und nach dem Spiel gab es Pfiffe, gab es Gesänge auch gegen unsere Mannschaft oder besser gesagt Sprüche mit, ja, wir sind Schalker, ihr und ihr nicht und all sowas eben. Und dann hat es wirklich auch nochmal so richtig gerumpelt. Denn Peter Knebel hat nach dem Spiel endlich mal, könnte man sicherlich auch sagen, mal so richtig losgelegt und auf den Tisch gehauen. Wenn ich in der 43. Minute das 0 zu 1 kriege, dann weiß ich, dass ich gegen eine gut organisierte Mannschaft ausgekontert werden kann. Dann kann ich mich nicht so dämlich anstellen. Das war in der zweiten Hälfte eine naive Art, wie ich sie selten erlebt habe. Ein großes Entschuldigung an die Fans. Wurde Peter Knebel hier nochmal von der Bild-Zeitung zitiert. Und ja, er schlägt auch durchaus Abstiegsalarm, wenn er eben dann auch sieht, wie die Mannschaft so auftritt. Wir haben uns heute viel zu früh mental ergeben. Wenn Yusuf Kabadayi Vorbild ist für die, die Vorbild sein sollten, dann spricht das Bände. Und damit meint er eben auch vor allen Dingen, dass Kabadayi nach Einwechslung, wo er auch vieles noch probiert hat, Engagement gezeigt hat, was eben von anderen, die das auch als erfahrene Profis vorleben sollten, eben nicht kam. Und Knebel wurde hier auch wirklich nochmal deutlich. Die Situation ist höchst gefährlich. Wir sind noch auf dem Relegationsplatz. Noch. Nach unten gibt es nur noch zwei Plätze. Wir können uns die ganze Zeit erzählen, wie gut diese Mannschaft ist. Wie viel Qualität die Spieler haben, wo sie schon waren und was sie alles gerne wollen. Aber am Ende zählt, was machen sie mit dem Trikot des Vereins, der sie bezahlt. Und das war heute eindeutig zu wenig. Und für Knebel sind eben dann auch Matthias Kreuzer und Mike Büskens hierbei die ärmsten Säue. Die Spieler haben bei Maxo und Bujo was gut zu machen. Und damit finde ich es erstmal sehr, sehr gut, dass Peter Knebel hier mal so klare Worte wählt. Denn genau das wollen wir ja eben auch auf Schalke hören. Problem ist, man hätte vielleicht auch solche deutlichen Worte mal vor ein, zwei Wochen, vor drei, vier Wochen anschlagen müssen. Und sich auch dort schon mal eingestehen, dass man vielleicht doch nicht eine so gute Mannschaft zusammengestellt hat, wie man eben meint. Und wenn ich dann zum Beispiel gestern diese Aussagen von Peter Knebel lese und dann mir die Pressekonferenz anschaue, wo er zusammen mit Hechelmann saß und einen komplett schlechten Einung hinterlassen hat, dann frage ich mich eben auch, warum er auf einmal jetzt diese Art und Weise wählt. Ich finde es gut, dass so deutlich jetzt auch mal gesprochen wird und hoffe auch tatsächlich, dass es irgendwas bringt. Denn es muss jetzt wirklich einen großen Knall geben. Und den gab es ja eben auch gestern vor allem durch die Fanproteste, wo Michi Langer auf jeden Fall Verständnis zeigt. Ich kann es total verstehen, dass die Fans angepisst und sauer sind. Das sind wir Spieler auch. Momentan hat das Team nicht das nötige Selbstvertrauen. Das müssen wir uns jetzt wieder erarbeiten. Wir haben ein sehr gutes Team. Nur müssen wir das jetzt zeigen, ruhig arbeiten und in die Spur finden. Und was auf jeden Fall wirklich alarmierend ist, ist eben die generelle Entwicklung. Also man kann wirklich auch aktuell sagen, Schalke zerlegt sich selber. Und das ist wirklich wahnsinnig krass zu beobachten. Und da ist halt auch die große Frage, wird das denn wirklich in naher Zukunft besser? Und Matthias Kreuzer, auch der hat nochmal gesagt, dass er vollkommen Verständnis für die Fans hat. Ich habe absolut Verständnis für die Fans. Ich mag das im Ruhrgebiet und auf Schalke, dass es ehrlich und direkt ist. Was anderes gibt es nicht zu sagen. Und damit ist aber natürlich auch klar, hat es gestern Abend ordentlich gerumst. Und auch heute wird es sicherlich mit ordentlich Negativschlagzeilen weitergehen. Und dann ist natürlich auch dort noch die große Frage, wer wird denn jetzt eigentlich unser neuer Trainer? Wie sieht es dort aus? Wie läuft die Trainersuche und kann das uns vielleicht irgendwie helfen? André Hechelmann, der hat auf jeden Fall vor dem Spiel gestern bei Sky nochmal bestätigt, dass man auf jeden Fall auf der Suche ist nach einem neuen Trainer. Wir haben Kontakte aufgenommen und es hat auch schon erste Gespräche gegeben. Es ist schwer, jetzt ins Detail zu gehen, wie der Trainer aussehen soll. Was auf jeden Fall für Hechelmann klar ist, es gibt Optionen für neue Trainer. Wir sind handlungsfähig. Wir haben einen klaren Plan, was wir machen möchten und wie das Profil aussehen soll. Das werden wir intensivieren. Spätestens jetzt nach den 90 Minuten geht es weiter. Und diese 90 Minuten sind ja eben jetzt auch logischerweise rum. Und was man auf jeden Fall jetzt hört, André Hechelmann ist auf jeden Fall derjenige, der hauptverantwortlich ist für diese Trainersuche. Und Sandro Schwarz wird es wohl nicht. Denn er hat wohl andere Pläne und wird damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht neuer Schalke-Trainer. Auch das hat unter anderem die Watz aus dem Umfeld des Trainers erfahren. Auch der Kicker hat die ganze Geschichte auf jeden Fall nochmal bestätigt. Und der Kicker hat auch nochmal davon geschrieben, dass man sich in Trainer- und Beraterkreisen mal nach dem Interesse an dem Job auf Schalke umgehört hat. Und dort gibt es als Antwort auch häufig mal ein Kopfschütteln. Denn es wirkt eben auch schon länger so, als wäre kaum noch ein geeigneter Kandidat wirklich scharf darauf, sich diese Rolle eben auch bei Schalke anzutun. Beim FC Schleudersitz 04 wird eben davon gesprochen. Weil man eben auch dieses große Argument, Schalke kann immerhin viel Geld zahlen, auch nicht mehr hat. Und damit gibt es wirklich auch nur einen kleinen Kandidatenkreis. Auch dadurch ist wohl schon klar, dass Matthias Kreuzer auch gegen Hertha auf der Bank sitzen wird, damit man eben auch noch einen Ticken längere Zeit hat, sich bis zur Ländership-Pause zu entscheiden. Und dann soll übrigens auch direkt der neue CEO vorgestellt werden. Und das ist eben auch der klare Plan von unseren Verantwortlichen. Das wäre sicherlich auch nicht so verkehrt, dass man auch dort endlich mal einen hat, der diesen Verein anführen will. Denn auch das fehlt uns einfach aktuell komplett. Es ist schon eine extrem kritische Lage. Und jetzt könnt ihr mal sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben zum Spiel gestern, zur Trainersuche, zu dem, was nach dem Spiel passiert ist, mit den Fan-Protesten, mit den Aussagen von Peter Knebel. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker. Und dann ist das so. So säg. Vielen Dank.